Hallihallo meine eines geliebten Freunde und willkommen zurück zu World of Warcraft. Wir befinden uns gerade im Sturmwind in der Hauptstadt der Allianz. Sturmwind befindet sich in den östlichen Königreichen, eher gesagt hier im Wald von Elby, hier oben. Und wir wollen hier die Kochquest machen, Lust auf Krebs. Dafür müssen wir sechs Krebse angeln und fangen. Die befinden sich irgendwo hier im Wasser. Von daher, wir suchen den Finde. Schauen ob wir ein paar geangelt bekommen. Das wäre aber auf jeden Fall super. Von daher wird es klar. Ach was Labe ist denn? Wir müssen gar nicht angeln. Wir müssen ja einfach nur hier aus dem Teich oder so pflücken. Die Spalte fallen. Ich denke mal so schwer kann es nicht werden. Und wie ich sehen kann, da vorne springt auch schon ein zweiter Junge. Und da gibt es Krebsküchleif. Ja, nein. Die Spalte haben wir auch. Einige Musik. Die Spalte haben wir auch. Einige Musik. Die Spalte haben wir Betonungen gesehen. Jawoll, und davon haben wir die zwei Lützen. So, einer noch. So, einmal schön hochtauschen, damit wir frische Luft schnappen können. So, nice. Und hier oben können wir die Quest abgeben. Die Quest gibt erstmal eine Menge Erfahrungspunkte, geschweige zwei Kochmarken, die wir entweder für Rezepte oder Buffett ausgeben könnten. So, die Quest ist abzugeben hier bei Wobby Flay. Was kann ich für euch tun? Seid vorsichtig. Dankeschön. Ihr müsst schneller hinterhaben. Ich kann kaum glauben, dass ihr alle Krebschen so kurzer Zeit fangen könntet. Für die Allianz. Diese Krebschen sind teuer. Ich werde sie säubern und sicherstellen, dass der Kollege von unserer Hilfe ist. Ja, danke. Schönen Tag auch. Nice. Und da haben wir einmal 3600 Erfahrungspunkte, geschweige den Kochpreis bekommen. Braucht ihr etwas? Zwei Marken. Ich glaube, man benötigt drei Marken für ein Rezept. Ja, leider. Ansonsten für jeweils eine oder zwei können wir entweder etwa Fleisch, Geschweige, ein paar Kakaobönen bekommen. Naja, meine Lieben, das war es aber auch schon. Weiter geht es dann in der nächsten Folge. Geht auf meinen YouTube-Kanal. Let's Play ist feuerreich. Ich bedanke mich für das Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.